Fühlen wir das Ganze doch mal ein bisschen länger aus, weil ich bin ja immer so ein Freund von Transparenz und lege ja auch immer alles offen da. Also, was lohnt sich und was lohnt sich nicht? Also im Grunde genommen, das Einzige, was ich jemals in zehn Jahren gemacht habe, was sich gelohnt hat, war mein Stream. Mein Stream und meine Placements, die ich hatte. Bis dato, alles, was ich angefasst habe an Formaten, hat mir auf geraume Zeit ein bisschen Reichweite dazu gebracht und neue Zuschauer. Nur auf Dauer, aufgrund der Tatsache, dass ich selber mich in gewissen Punkten jedes Jahr einmal mindestens überarbeite und unglaublich schlechte Laune kriege und das nicht wirklich jeder nachvollziehen kann und nachvollziehen möchte als zuschauender Mensch. Da man ja in seiner Freizeit Content konsumiert, um sich unterhalten zu lassen und nicht um den Ballast eines anderen mitzutragen, schieße ich mir jedes Jahr mindestens einmal ins Bein. Egal mit welchem Format. Sei es Generation Z am Anfang, also oder Giz in my Pants, wie wir das am Anfang genannt haben. Das hat mir am Anfang sehr, sehr viel gebracht, weil wir über sehr interessante Themen gesprochen haben, die einige Menschen sehr toll fanden. Also gerade so zwischenmenschliche Dinge und beziehungstechnische Dinge haben wir sehr viel drüber gesprochen. Und das hat, glaube ich, sehr vielen Menschen etwas gegeben, weil sie zwei Personen gefunden haben, die ein Denken an den Tag gelegt haben, was sie persönlich abgeholt hat. Beim Plankenschnack war das genau dasselbe. Damals, da gab es 99 Folgen von, das ging über drei Jahre. Das hat mir auch für gewisse Zeit, ja, doch schon Zuschauer gebracht und auch Reichweite gebracht und auch gewissermaßen ein bisschen Erfolg. Aber auch das ging irgendwann flöten, weil für mich einige Formate irgendwann so ein bisschen schnöde und öde werden und man sich da neu erfinden müsste. Um sich aber neu zu erfinden, braucht man sehr viel Kraft und sehr viel Energie. Aufgrund der Tatsache, dass ich gefühlt jedes Jahr irgendwas wieder neu anfange, um mich auszuprobieren und mich zu entdecken, habe ich gar nicht die Kraft und Energie, das ständig neu zu erfinden. Beispielsweise unterhalte ich mich super gerne mit Jen außerhalb des Streams, also auch gerne über mehrere Stunden. Und das ist auch immer sehr, sehr cool. Aber für den Podcast haben wir uns einfach nichts mehr zu erzählen für die Öffentlichkeit, weil das da einfach nicht zu suchen hat. Nehmen wir mal den YouTube-Kanal. Mein YouTube-Kanal ist aktuell im fünften Versuch. Das ist der fünfte Versuch, diesen YouTube-Kanal zu beleben und dort anständigen und vernünftigen Content zu fahren und für mich passenden Content zu machen. Und es hat für mich jetzt zehn Jahre gedauert, um rauszufinden, und das lasst euch mal durch den Kopf gehen, es hat für mich zehn Jahre gedauert, rauszufinden, was ich eigentlich gerne mache und was mich komplett abholt und wo ich nicht die Lust verliere. Zehn Jahre hat das gedauert. Und der Witz an der ganzen Sache ist, es war seit eh und je vor meiner Nase und ich habe das nie gemacht und es bedarf, es hat erst jemanden gebraucht, mit dem ich sehr guten Kontakt pflege und hege, also mit dem habe ich eine sowohl persönliche als auch geschäftliche Beziehung. Schöne Grüße gehen raus an den Mann mit dem dicken B, der mir das einfach so von Ranzen kracht. Und der Mann mit dem dicken G, also das dicke G und das dicke B, die mich da so reintunken in diese Sachen, um das mal zu sehen, weil man das irgendwann gar nicht mehr selber sieht. So, jetzt auf die Frage, ob sich das lohnt. Also bis dato habe ich nur mit Placements und dem Stream Geld verdient. Ich habe mit meinem YouTube-Kanal noch nicht einen einzigen Pfennig verdient und habe dort tausende Euros reingesteckt. In dem Podcast, also nur beispielsweise mal in Generation Z sind bestimmt auch schon, aufgrund von Kosten für Cutter als auch die Plattformen, die wir nutzen, sind bestimmt auch schon 2000 Euro reingegangen und kein einziger Euro ist zurückgekommen. Was haben wir denn noch? In Plankenschnack auch sehr viel Geld investiert, auch nie einen Cent gesehen. Was aber am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen, und das wird einem auch irgendwann sehr bewusst, Man macht Dinge ja auch einfach nur zum Spaß. Und das hier, auch wenn es ein Geschäft ist und auch wenn es mein Lebensunterhalt ist, sind meine Einnahmen davon abhängig, wie viel Spaß ich habe. Und abhängig davon, was ich mache. Beispiel. Ich könnte mich jetzt aktuell in die ganzen Geschehnisse einmischen und darauf reagieren und mir das angucken. Das würde sehr viel Klicks bringen. Es würde bestimmt auch sehr viel Aufmerksamkeit generieren. Aber ich sehe mich da gar nicht drin. Also auch wenn ich einen, und ich zitiere nur Menschen, die mir das zugetragen haben, auch wenn ich ein Mensch bin mit einem sehr guten Verständnis für Menschen und für gewisse Situationen und eine starke Meinung habe, sehe ich mich persönlich überhaupt gar nicht in solchen Sachen da drin. Weil es mir einfach den Stress nicht wert ist, auf Krampf in diese Dinge dort reinzugehen und dazu was zu sagen. Weil ich möchte meine Ruhe haben. Ich werde bald 40 und ich will einfach meine Ruhe haben. Die letzten Lebtage, und das ist jetzt völlig übertrieben, möchte ich einfach für mich sein. Mit meinem inneren Frieden in meinem Raum, den ich mir geschaffen habe, wo ich den Ton angebe. Und einfach für mich sein. Für mich sein und meine Dinge machen. Ich möchte einfach wie ein kleines Kind Sachen auspacken, meinen Reis dazu abgeben, was ich davon halte, mich da in der Hinsicht immer mehr verbessern. Ich möchte mit einem virtuellen Auto einfach nonstop und permanent jeden Tag im Kreis fahren, wie so ein Blödmann. und einfach mit meinen Freunden, die das Hobby mit mir teilen, den ganzen Tag einfach nur Scheiße erzählen. Und das ist das, was ich gerne machen möchte. Ob ich damit Geld verdiene, ob ich damit reich werde, weiß ich nicht. Aber ich habe Spaß dabei. Und wenn das bedeutet, dass ich jetzt weniger Geld verdiene oder meine Community kleiner wird oder vielleicht dann größer wird oder ob Leute mehr Geld ausgeben, ob Leute mehr Reis haben oder weniger Reis haben, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich kann immer nur das anbieten, wo mir gerade nach ist. Und aktuell ist mir nach dem, was ich tue, meinen YouTube-Kanal gemeinsam mit Paul zu pflegen, weil das unglaublich viel Spaß macht, weil da ein sehr kompetenter Mensch dahinter sitzt, der unglaublich viel Bock hat, sehr viel Gas gibt, genauso ambitioniert ist, der komplett in diesem Thema mit aufgeht, der mir noch sehr viel Kraft und Mut gibt und Ideen gibt und ich da einfach komplett drin aufgehe, jeden Tag einfach nur Content zu scheißen, wie so eine eierlegende Vollmilchsau oder wie auch immer diese Scheiße heißt. Und verdiene ich damit aktuell Geld? Nö. Mache ich nicht. Auch da nicht. Ich verdiene bei YouTube, kann ich euch jetzt gerade sagen, 200 und ein bisschen habe ich jetzt aktuell. Also wenn ich jetzt mal gucke, stand jetzt 18. Juli. Letzten Monat waren es 211 Euro, also knapp 200. Jetzt sind wir bei 218 Euro. Verdiene ich damit Geld? Also, nee. Damit mache ich immer noch miese. Habe ich daran Spaß? Absolut. Scheiße viel. Richtig viel. Super viel. Wird da noch irgendwas draus, dass ich irgendwann mal noch mehr Geld damit verdiene? Ey, geil wär's, schön wär's. Würde ich mich super freuen, weil dann kann ich nämlich Paul irgendwann sagen, hier, Mager, hast du 5000 Euro jeden Monat. Mach dir keinen Kopf, wir arbeiten jetzt zusammen. Dein Geld ist gesichert und alles easy peasy. Und das sind ja immer so meine persönlichen Ziele, die ich ja gerne habe. Und das sind meine Freunde, die mit mir rum sind, die seit Jahren da sind, dass ich denen irgendwann mal den Job geben kann und ich ein guter Chef sein kann und sage, ey, hier, wir machen jetzt alle gemeinsam Blödsinn. Also lohnt sich das für mich? Nö. Um das nochmal ganz klar hier zu deklarieren, weil mir das auch als Feedback gegeben wird, relativ häufig von auch einer sehr, sag ich mal, ambitionierten, von einem sehr ambitionierten Zuschauer, mit dem ich sehr viel Kontakt pflege. Ich glaube, dass Menschen da draußen aufgrund meines Auftretens, was relativ neutral und manchmal auch sehr trist ist, vermuten, dass ich sehr viel Geld verdiene. Was aber gar nicht so ist. Ich hatte das, letztens habe ich das schon mal gesagt, ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Menschen, der mir 3,99 in den Arsch schiebt und mir den Arsch vergoldet. Wirklich, weil das auch alles, was ist, was immer noch benutzt wird und immer noch in den Stream gesteckt wird und immer noch für Formate ist, für, weiß ich nicht, für einen Cutter oder wer auch immer da hinten dran erhängt. Und ich denke, an vielen Stellen wird das, was ich sage und meine Lebenseinstellung etwas missverstanden, warum der eine oder andere denkt, dass ich mit all den Sachen, die ich erfinde und mache, irgendwie sehr viel Geld verdiene, was aber überhaupt nicht so ist. Also im Grunde genommen schreiben wir seit 10 Jahren keine, also keine roten Zahlen, aber auch keine maximal riesigen schwarzen Zahlen. Also lohnt sich mein Content? Um abschließend auf die Frage in einem Satz zu antworten, jo, der lohnt sich. Habe ich richtig Spaß dran, gehe ich richtig drin auf, merkt man denke ich auch immer, wenn ich etwas anfange und mache, werde ich dadurch reich? Nö, aktuell nicht, absolut gar nicht. Pfü sec súig. Stuttgart